Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Es ist wieder Donnerstag und das bedeutet, es gibt Neues aus der Linux-Welt mit Joe. Diesmal die Kalenderwoche 33. Wie immer, wenn ihr dieses Format mögt, dann lasst mir einen Kommentar da, abonniert mich und über einen Daumen würde ich mich natürlich auch freuen. Aber jetzt geht's los. Heute fange ich an mit den Neuigkeiten von XFCE. Angekündigt wurde das Ganze schon mehrfach, insofern ist es nicht mehr so neu. Aber jetzt ist es soweit. XFCE 4.14 ist veröffentlicht worden und zwar ganz offiziell, nicht in einer Vorab-Version oder als Release-Kandidat oder sowas ähnliches. Es ist fertig und es kann benutzt werden. In Rolling-Release-Systemen wie Arch Linux oder auch OpenSUSE Tumbleweed ist es jetzt natürlich schon verfügbar. Bei LTS-Distributionen muss man sich noch ein bisschen gedulden, denn das wird noch ein bisschen dauern. Also bei Ubuntu ist es angekündigt für 19.10, da ist ja nicht mehr so weit hin. Es soll sehr bald einen visuellen Rundgang durch 4.14 geben. Dieser Link, den ihr hier sehen könnt, ist aber momentan noch nicht aktiv. Er ist zwar gesetzt, aber da sieht man noch nichts. Aber ich denke, das wird in den nächsten Tagen passieren. Deshalb müssen wir uns jetzt mit den offiziellen Release-Daten auseinandersetzen. Die sind hier ein bisschen spröde, aber wir werden uns jetzt da schon durchkämpfen. Die Arbeiten an 4.14 haben vier Jahre und fünf Monate gedauert. Das ist eine Menge Zeit und deswegen hat sich in den letzten vier Jahren auch bei XFC nicht so rasend viel getan. Das Hauptanliegen war, dass das ganze Ding von GTK 2 nach GTK 3 portiert wird. Bei Mate ist das ja schon länger der Fall gewesen und bei XFC war es eben überfällig. Und das ist wohl jetzt auch für die Hauptkomponenten vom XFC-System gelungen. Es gibt ein paar Einzelkomponenten, wie zum Beispiel XF Burn, einem CD-Brenner, wo das noch nicht ganz fertig ist. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt auf GTK 3. Und im Zuge dessen wurden auch noch einige Verbesserungen am XFC-Desktop gemacht, die den Anwender freuen dürfen. Der Window-Manager wurde verbessert und zwar wurde Unterstützung für V-Sync eingeführt und dadurch wird also dieses bekannte Flickering entfernt bzw. gelindert. Das dürfte viele Anwender freuen, denn das Flickering, das war schon für manche Anwender ein Problem. Außerdem wurde der High-DPI-Support verbessert und auch die Unterstützung für Nvidia-Proprietary-Treiber. Im Panel gibt es auch einige Neuerungen. So wurde zum Beispiel das Uhr-Format, also von der Uhr, verbessert oder verändert. Das ist natürlich dann wahrscheinlich Ansichtssache. Der Display-Dialog, also der Dialog, wo es um die Einbindung von Monitoren geht, wurde extrem verbessert und zwar im Bereich Multimonitor-Betrieb. So können jetzt Konfigurationen abgespeichert werden für verschiedene Settings. Also wenn man zum Beispiel einen Laptop mit verschiedenen Monitoren betreibt, dann kann man hier mit verschiedenen Konfigurationen, die man vorher eingestellt hat, ganz leicht hin- und herschalten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, dass man einen Laptop hat und da hängt man zu Hause einen zusätzlichen Monitor dran. Das wäre das eine Setting, das wird erkannt, das ist eingestellt. Dann nimmt man den Laptop mit und irgendwo anders, vielleicht am Arbeitsplatz, hat man dann zwei andere Monitore, die man dranhängt. Und auch dieses Setting kann man speichern und so kann man, je nachdem, wo man sich befindet, dann zwischen diesen Setups hin- und herschalten. Das finde ich eine praktische Sache. Auch am Dateimanager Tuna wurde etwas getan, und zwar nur als Beispiel, dass also größere Thumbnails jetzt unterstützt werden. Außerdem wurde die Tastatur-Navigation verbessert, was allerdings, wie hier steht, nur Power-User vielleicht merken werden. Des Weiteren wurde der Power-Manager verbessert. Im dazugehörigen Panel-Plugin kann man jetzt zum Beispiel entweder die verbleibende Zeit oder auch die Prozentzahl zeigen. Der Benachrichtigungs-Dialog wurde verbessert, wurde zum Beispiel erweitert um einen Do-Not-Disturb-Mode. Das bedeutet, man möchte vielleicht zu einer bestimmten Zeit nicht von Benachrichtigungen gestört werden. Dann drückt man auf Do-Not-Disturb, und in der Zeit erhält man keine Benachrichtigungen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Video mache, und da möchte ich natürlich nicht, dass hier irgendwelche Notifications, also Benachrichtigungen, aufpoppen, während ich hier etwas drehe. Der Median-Player-Per-Roll wurde verbessert, und zwar insofern, dass der Power-Manager oder auch der Bildschirmschoner nicht währenddessen angeht, wenn man zum Beispiel ein Video schaut. Also da musste man ja immer mit der Maus in bestimmten Abständen eine kleine Bewegung machen, damit man dem PC gezeigt hat, ich bin noch da. Und er erkennt also jetzt selbstständig, wenn ein Film gezeigt wird, und eigentlich passiert ja mit der Maus und auch mit dem Keyboard nichts, dann wird der Film aber nicht verdunkelt. Der Terminal-Emulator hat einige Bug-Fixes bekommen und auch Improvements, also Verbesserungen. Was das genau ist, steht hier leider nicht. Das muss man sich im Einzelfall wahrscheinlich anschauen. 2019 haben sie es auch geschafft, einen eigenen Screensaver, also einen Bildschirmschoner, einzubauen. Ja, ich weiß nicht, wer das noch unbedingt braucht im Jahr 2019, deswegen haben sie das auch in Klammern geschrieben. Vielleicht aus ästhetischen Gründen wollen Leute immer noch irgendeinen Bildschirmschoner haben. Technisch gesehen ist es eigentlich nicht mehr notwendig, denke ich. Die Anwendung Catfish ist jetzt offizieller Bestandteil von XFC. Das ist ja eine Suche, die sehr schnell geht. Und Catfish finde ich immer eigentlich schon gut. Und ich habe das bei XFC schon immer dazu installiert. Und jetzt ist es einfach schon da. Panel-Profiles ist jetzt auch offizieller Bestandteil von XFC. Damit kann man verschiedene Panel-Einstellungen und Profile also wiederherstellen. Wenn man vielleicht irgendetwas völlig falsch gemacht hat und man möchte wieder zurück, dann geht es mit Panel-Profiles. Ich möchte euch einmal zeigen, wie viele Leute da eigentlich daran beteiligt sind an der Arbeit, an XFC. Hier sind die Danksagungen. Und da sind jede Menge Hauptentwickler und aktive Mitentwickler. Also, und dann gibt es Leute, die da Surfer bereitstellen. Und dann gibt es jede Menge Übersetzer. Und es wird ja oft gemeckert in der Linux-Welt. Oh, da ist die Sprache nicht richtig. Und da steht noch Folder statt Ordner. Oder da und da fehlt noch ein deutsches Wort. Oder es ist falsch übersetzt. Jetzt überlegt euch mal, was das für eine Arbeit ist. Es gibt nicht nur Deutschland, es gibt die ganze Welt. Und hier seht ihr mal, wie viele Menschen hier mitmachen. Bulgarien, Chinesen, Kroaten, Tschechen, Dänen, Holländer, Engländer, Finnen, Franzosen und so weiter. Und diese Entwickler, die ich vorhin gezeigt habe, also die aktiven Mitentwickler und auch die Hauptentwickler, die wiederum arbeiten an verschiedenen Einzelprojekten. Und die sind hier aufgeführt. Also, es gibt ein Projekt, das heißt Fensterverwaltung. Da kümmert man sich nur um das. Es gibt ein Projekt, das heißt Schreibtischverwaltung. Es gibt ein Projekt, das heißt Leiste. Da kümmert sich Leute darum, was in der Leiste gezeigt wird, wie die Leiste aufgebaut wird und so weiter und so fort. Also, dieses Gesamtprojekt XFCE besteht wiederum aus vielen kleinen Einzelprojekten. Und das Ganze muss dann zusammengefügt werden zu einem großen Ganzen. Und das muss gut zusammenarbeiten und das muss am Schluss gut funktionieren, damit der Anwender auch zufrieden ist. Und das erklärt vielleicht auch, warum das alles so lange dauert. Und vieles passiert ja unter der Oberfläche. Also, die Portierung von GTK2 auf GTK3, das ist nichts, was man auf den ersten Blick dann sieht und sagt, hippie, aie, jetzt haben wir GTK3, das ist ja alles ganz anders. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, dass diese Veränderungen gemacht werden, ohne dass man was merkt. Also, das zum Thema XFCE 4.14. Ich bin sehr gespannt, vor allem auch auf das nächste Xubuntu, wo das schon eingebunden ist, weil ja einige Entwickler, die XFCE machen, auch bei Xubuntu mitmachen. Und insofern wird das dann, denke ich, schon sehr gut integriert werden. Ansonsten jetzt natürlich schon jederzeit abrufbar bei Rolling Release Distributionen. Ubuntu 18.04.3 ist veröffentlicht, also ein sogenanntes Point Release, Punkt Release, Punkt Veröffentlichung, wenn man es wörtlich übersetzt. Denn das ist die Zahl nach dem letzten Punkt. Dies gilt für Ubuntu und alle seine Flavors, also auch Ubuntu Mate, Batschi, Kubuntu und so weiter und so fort. Die 18.04.3 Version hat Hardware Enablement Stack schon integriert, das heißt, es wird auf den aktuellen Kernel abgedatet. Das ist in dem Fall 5.0. Wenn man denn diese ISO-Datei herunterlädt, wer jetzt 18.04 normal hatte und jetzt Updates bekommt, der hat Hardware Enablement Stack nicht standardmäßig, das heißt, der bleibt auf dem alten Kernel. Der kann das Ganze aber initiieren durch bestimmte Befehle, wo man also Hardware Enablement Stack dann auch für sein System bei Upgrades anwenden kann. Ich habe mal ein Beispiel herausgegriffen, und zwar Ubuntu Batschi, weil die auch eine extra News-Geschichte gemacht haben hier dazu. Also eine Meldung auf ihrer Homepage, dass jetzt 18.04.3 LTS veröffentlicht ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das alles bietet. Also die schreiben hier, alles was in Ubuntu Batschi 19.04 drin war, ist eben jetzt auch angekommen im 18.04.3 Release. Das wurde also hier eingepflegt. Das ist zwar eine Verspätung, aber der April ist ja noch nicht so lange her, und insofern kann man da, glaube ich, zufrieden sein, dass das eben, da es ja LTS ist, mit einiger Verspätung auftaucht, um das Ganze nochmal zu testen und zu sehen, ob es wirklich funktioniert. Es gibt hier auch Hinweise für diejenigen, die immer noch auf 16.04 sind, was ja noch keine offizielle Ubuntu-Version war. Wie man also jetzt dann updaten kann, beziehungsweise upgraden kann auf 18.04, das sollte man vielleicht machen, denn dann hat man was Aktuelles. Hier wird auch nochmal gesagt, für die Leute, die Abenteuer lieben, da gibt es also ein Backports-Repository, und dann kann man das brandneue 10.5 Batschi-Erlebnis haben, also der ganz aktuelle Desktop von Batschi. Natürlich, wenn man das macht, geht man einige Risiken ein, denn das ist natürlich noch nicht freigegeben für LTS, aber für Leute, die das interessieren und die das mal ausprobieren wollen und die sehen wollen, in welche Richtung Batschi geht, 10.5 ist in Backport-Repositories erhältlich. Hier wird dann nochmal genau erklärt, wie man dieses Hardware-Enablement-Stack installiert, und Sie weisen nochmal darauf hin, da steht hier, we would stress, wir möchten betonen, wenn alles so arbeitet im Rechner, wie erwartet, dann gibt es keinen Grund zu wechseln. Also man braucht nicht unbedingt einen neuen Körnl, wenn doch alles funktioniert. Wenn man allerdings eine neue Grafikkarte hat, oder wenn man vorhat, auf einen neueren Computer zu wechseln, dann ist es sicherlich sinnvoll, das zu nutzen, und hier steht es, es ist eigentlich nur ein Befehl, den lese ich jetzt nicht vor, der ist zu lang, aber so geht es, und dann hat man HWE, und dann ist das das gleiche, als wenn man jetzt die neue ISO installieren würde. Ansonsten bleibt man auf dem alten Körnl, der natürlich auch Sicherheitsupdates erhält, so wie gehabt. 32 Bit werden Sie noch so lange unterstützen, steht hier, wie die LTS-Periode dauert, das zeigt für mich, dann ist aber endgültig Schluss, und Sie weisen auch darauf hin, also wenn es irgendwie geht, soll man 64 Bit benutzen. Ich habe immer so den Eindruck, als ob Batchi, beziehungsweise Ubuntu Batchi, ein bisschen unter dem Radar läuft. Es wird immer nicht so sehr beachtet. Es ist so ein Zwischending zwischen GNOME und, sagen wir mal, MATE. Ja, es bietet einfach mehr Features als GNOME und ist aber doch noch nicht so wendig wie MATE oder XFCE. Also kann man sich anschauen, schaut modern aus und, ja, ist vielleicht für viele Nutzer die richtige Wahl. Probiert es aus. Voyager ist auch mit einer neuen Version jetzt vertreten. Voyager 10, Debian Buster, also der Name sagt schon, es beruht auf Debian Buster 10. Und es ist für Puristen, es ist, wollen wir mal sehen, was das eigentlich dann genau ist. Es gibt zwei Varianten. Das eine ist das unfreie GNOME und das andere ist ein GNOME mit Firmware. Und man sieht schon, die Übersetzung hier, die hakt auch ein bisschen. Da steht, für diejenigen installiert, die Probleme der Verträglichkeit mit der kostenlosen Version haben. Also, ja, da wurde jetzt wahrscheinlich falsch übersetzt. Vielleicht sollte man sich besser die englische Version dieser Webseite anschauen. Also, damit ist hier nicht kostenlos gemeint, sondern da wurde das Wort free als kostenlos übersetzt. Und das bedeutet für Leute, die einfach einen Debian Buster haben und dann Probleme haben, zum Beispiel mit dem Grafikkater, mit dem WLAN-Treiber, da ist eben dann eine Version mit Firmware hier erhältlich. Es ist der Desktop GNOME 3.30, der Kernel 4.19. Secure Boot wird jetzt standardmäßig hier unterstützt. Das heißt, man muss das nicht mehr im BIOS deaktivieren, so wie das lange Zeit der Fall war. Auch wird Wayland installiert. Voyager gibt es schon lange. Und es wurde bisher immer mit XFCE ausgeliefert. Und es ist neu, dass Voyager jetzt mit GNOME Desktop kommt. Und da sagen sie jetzt, warum denn jetzt ausgerechnet? Und da sagen sie, sie sind der Meinung, dass GNOME jetzt einen Stand erreicht hat, der XFCE ablösen kann. Lange Zeit hatten sie diese Meinung nicht gehabt. Da haben sie XFCE präferiert. Aber jetzt ist das also nicht mehr so. Jetzt kommt etwas, was ich nicht so super gut finde. Also sie sagen hier, man soll Verständnis dafür haben, dass sie leider keine Zeit haben, Fragen zu beantworten zu Voyager. Wenn man also Fragen zu Voyager hat, soll man ins Debian-Forum gehen. Ja, der Support also ist nicht gegeben anscheinend. Und die sagen ganz einfach, wenn es Probleme mit unserer Distribution gibt, die auf Debian basiert, dann geht ins Debian-Forum und fragt da. Aber ich vermute mal, dass die Leute im Debian-Forum dann möglicherweise ein bisschen sauer reagieren könnten und sagen würden, wenn ihr schon Voyager habt, warum fragt ihr nicht bei Voyager, wenn ihr ein Problem habt? Oder installiert euch doch gleich Debian. Ja, installiert wird das Ganze mit einem Calamares-Installer. Man sieht hier noch das Manjaro-Zeichen. Also die Seite hier ist endlos. Da kann ich euch jetzt nicht alles zeigen. Ich habe jetzt noch nicht so ganz herausgefunden, wo Voyager eigentlich gut ist und inwiefern es sich von Debian-Buster unterscheidet. Dazu müsste man es mal installieren. Ja, ansonsten, ich empfehle euch, wenn ihr auf diese Seite geht, schaut euch nicht die deutsche Übersetzung an, sondern wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, schaut euch lieber die englische Version an. Von PC-Linux-OS gibt es auch neue ISO-Dateien. Und zwar ist herausgekommen, die Mate-Edition hier zu sehen. Und ja, das ist die Version 2019.08 logischerweise, das heißt August. Die ist hier am 11. August angekündigt worden. Und was ist neu? Also der Kern, ihr seht hier bei PC-Linux-OS, die haben ganz neues Zeug. Der Kern ist 5.2.8. Mate-Desktop 1.22.1. Ich komme später nochmal drauf. Puls-Audio, ganz neu. LibreOffice 6.3. Da komme ich auch noch drauf. Also wer ganz neue Sachen haben möchte, und vielleicht mal weg von Arch oder Tumbleweed, der könnte PC-Linux-OS mal ausprobieren. Wir haben hier auch eine KDE-Full Edition, heißt das hier. Und da ist es genau dasselbe. Auch hier haben wir das Neueste vom Neuen, was ich schon erwähnt habe. Wir haben Plasma 5.16.4, also auch brandheiß. Und hier wird dann gesagt, was alles schon vorinstalliert ist. Da ist zum Beispiel auch TeamViewer dabei, da ist Kodi dabei, da ist Spotify dabei, also auch jede Menge proprietäres Zeug. Etwas Besonderes, finde ich, ist die KDE Darkstar-Version, die rausgekommen ist. Was ist der Unterschied zu der Full Edition? Also das ist ganz klar. Hier steht, ist er Minimalistik, ISO-Image. Minimalistik, also minimalistisch, ist ein KDE-Plasma. Und da kann man alles selber machen, was man möchte. Das Einzige, was drauf ist, ist Dolphin, also der Dateimanager, die Konsole, Terminal und K-Write. Das ist der Texteditor. Alles andere kann man selber machen, wie man möchte. Das finde ich sehr spannend. Das würde ich jetzt mal ausprobieren, wenn ich den PC Linux OS wieder mal starten müsste. Ich habe das mal vor, naja, vielleicht über eineinhalb Jahren mal ausprobiert. Fand ich nicht schlecht. Also wenn ihr Lust und Zeit habt und das ausprobiert, dann schreibt mir unbedingt einen Kommentar und sagt mir, was ihr davon haltet. Ein Art Linux-Derivat habe ich gefunden, Blue Star Linux. Das hört sich eigentlich gar nicht uninteressant an, aber die haben nicht mal eine eigene Homepage. Also die offizielle Seite, die die haben, ist Sourceforge. Und wenn man da wissen möchte, was das eigentlich ist, dann hat man nur diesen kleinen Absatz hier. Man hat ein paar Fotos und diese Fotos, die schauen so aus, dass es mich irgendwie interessiert, was das nun ist. Ihr seht hier vier Fotos mit verschiedenen Wallpapers, aber es scheint so, als ob der Dateimanager schon mit einem transparenten Hintergrund irgendwie immer aktiviert wird als Autostart. Auf alle Fälle gibt es eine neue Version und ich wollte jetzt wissen, was das genau ist und deswegen bin ich dann auf eine andere Seite gegangen, wenn die selber schon nicht sagen wollen, was es genau ist. Und zwar ist es ein Bericht von Linux Insider. Der ist zwar schon älter, der ist vom letzten Jahr, aber der beschreibt zumindest ein bisschen, was Blue Star eigentlich ist. Also das gibt es schon länger und die haben nicht mal eine eigene Homepage. Man sieht hier, also es ist Arch Linux, logischerweise. Es heißt aber Blue Star und das, was ich vorher gesagt habe, zeigt sich hier. Wir haben hier ein Dock. Wir haben hier eben standardmäßig gleich nach dem Start einen Dateimanager und man sieht aber nur die Ordner hier abgelegt. Das muss man natürlich mögen. Und es ist, obwohl man es nicht auf den ersten Blick erkennt, ein KDE-Desktop. Hier auf der rechten Seite seht ihr ein Conkey und hier eben diesen Dateimanager und hier Blank. Und dann wurde noch irgendwie eine Wetter-App eingebunden. Diese Voreinstellungen, die hier getroffen sind, die kann man anscheinend sehr leicht verändern. Es gibt sogar eine Einstellung, so ähnlich wie das bei Ubuntu Mate gehandhabt wird, wo man ganz einfach auf Unity Layout umschalten kann und auch auf ein ganz normales Plasma-Layout. Der Autor hier beklagt auch ein bisschen, dass die Homepage oder beziehungsweise die nicht existierende Homepage wenig einladend ist und wenig Vertrauen einflößt. Das Projekt mag ja gut sein, aber wenn man nicht mal Zeit hat für eine Homepage, dann fragt man sich natürlich, wie lange wird das ganze Ding noch unterstützt? Nun, dieser Beitrag ist ein Jahr alt und wir sehen jetzt, dass das Ganze immerhin jetzt, ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, in einer neuen Version rauskommt. Die machen also schon was. Die haben wohl auch einen eigenen Installer. Und da kann man also sich dann aussuchen, welche Version man haben möchte. Und das hört sich eigentlich schon interessant an. Es gibt die Optionen Base, also Basis, Light, da wird wahrscheinlich ein bisschen was installiert werden, Desktop, mit einem Desktop, wie auch immer, Desk Pro, da wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen was dazu installiert werden, an Anwendungen. Und es gibt sogar einen Developer, also einen Entwicklermodus. Also ich vermute mal, jetzt spricht er davon, dass da viel vorinstalliert ist, also zum Beispiel auch Codex. Und da spricht er wahrscheinlich von der Desk Pro-Version. Also, ja. Und dann ist ja natürlich die Frage, inwieweit ist das jetzt noch aktuell? Also, wer das ausprobieren möchte, wie immer, gibt es den Link in meinen Shownotes unten. Und ich würde mich freuen, wenn es jemand ausprobiert, dass er vielleicht Bescheid sagt, wie es war, ob es ein gutes Erlebnis war, ob es diese Arch Linux Version braucht. Von Sparky Linux reden wir auch in letzter Zeit immer wieder. Das ist ganz klar, weil sich eben bei Debian was getan hat. Und dann tut sich natürlich bei den Derivaten auch etwas. Also, die letzten Neuigkeiten gingen letztendlich um die Debian Buster-Geschichte, dass also die Derivate jetzt auch mit der Zeit updaten. Und jetzt geht es darum, dass es natürlich auch ein neues Testing den es mittlerweile gibt von Debian. Und insofern gibt es auch eine neue Sparky-Version. Und zwar heißt die Potolo. Und die basiert wiederum auf Testing von Debian, also auf Bullseye. Und das ist also jetzt auch da. Und das kann man jetzt herunterladen, wenn man also auf ein Debian-Testing in der Sparky-Version steht. Jetzt wieder etwas in eigener Sache. Ich bin im Moment dran, meine Homepage, die schon ein bisschen länger besteht, aber die ich eigentlich nie so richtig gepflegt habe, ein bisschen auszubauen. Und ich möchte da in Zukunft mehr tun. Momentan gibt es jetzt noch nicht super viel zu sehen. Das ist ganz klar. Natürlich habe ich hier auch dezent auf meine Bücher hingewiesen. Und ich habe jetzt einen Link zu ein paar YouTube-Videos, noch nicht zu allen. Hier die Bücher. Hier wird es ums Terminal gehen. Das werde ich nach und nach ausbauen. Hier kommen die News. Da sind momentan bloß diese Videos drin. Aber ich möchte da auch mittendrin ein paar andere News dann einfach schreiben, sodass durch die Homepage ein bisschen Mehrwert entsteht. Also nicht bloß, dass das dasselbe ist, was ich in YouTube auch sage. Das heißt, es ist momentan im Aufbau. Also wenn es euch interessiert, besucht das ganze Ding einfach immer wieder mal linuxumsteiger.net. Das würde Google auch zeigen, dass es mich gibt. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn ihr Lust hättet. Da oben ist ein Facebook-Button und da ist auch ein Twitter-Button, dass ihr das Ganze auch teilt, wenn ihr denn überzeugt seid, dass das was Gutes ist. Das würde auch die Reichweite ein bisschen erhöhen. Und ich würde mich freuen, wenn ich auch diese Linux-Umsteiger-Homepage ein bisschen im Laufe der nächsten Monate nach oben bringen würde. Und möglicherweise baue ich auch ein Forum ein. Das kommt darauf an, wie euch das interessiert. Wie gesagt, meine vier Bücher Terminal, Archlinux, Linux, Mint und Ubuntu. Natürlich sind die auf meiner Homepage auch präsent. Das wäre ja blöd, wenn ich das nicht tun würde. Hier auch nochmal der Hinweis auf Discord. Also der direkte Link und die direkte Einladung zum Discord-Server, wo wir uns über Linux unterhalten. So, weiter geht's zu wichtigeren Sachen. U-Ports oder Quatsch, UB-Ports oder Up-Ports. Wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Auf alle Fälle haben die sich ja auf die Fahne geschrieben, Ubuntu-Touch weiterzuentwickeln. Und es gibt also hier Updates. Sie machen immer noch weiter mit Unity 8. und sogar mit mir. Also Sachen, die Canonical eigentlich eingestampft hat, machen jetzt die Leute von UB-Ports weiter. Viele waren ja komischerweise sauer, als Canonical die Entscheidung getroffen hat, Unity 7 war das damals noch, nicht mehr weiter zu pflegen und auf GNOME zu wechseln. Eigentlich war es ja vorher so, dass viele Unity gehasst haben und jetzt gibt es doch eine Anhängerschaft, die immer noch Unity besser findet, als die GNOME-Version von Ubuntu. Und vor allem wurde natürlich auch das Ubuntu-Touch-Projekt eingestellt. Und hier bei denen läuft es also weiter. Es wird sowohl Ubuntu-Touch weitergeführt, als auch Unity 8, als auch mir. Und ich bin schon gespannt, was jetzt da weiterhin passieren wird. Die sind aber momentan immer noch bei Ubuntu 16.04. Da wird gefragt, wann wird auf 18.04 gewechselt. Ja, und sie sagen, wahrscheinlich gar nicht 18.04, sie wechseln dann gleich auf 20.04. Wenn es soweit ist, im April 2020. Neues gibt es auch von der Freedombox Foundation. Was ist Freedombox? Es ist ein Debian Pure Blend, die sich also auf Server in in der Heimumgebung spezialisiert haben, mit Debian als Grundlage, und zwar So we can take control of our data. Und so schaut das Ding aus. Das ist ein sogenanntes Home Server Kit und das ist eben auch Open Source Hardware. Wir reden ja oft über Open Source Software und ich habe schon oft gesagt, ja Open Source ist ja okay, aber das beschränkt sich mehr oder weniger meistens nur auf Software und im Hardware-Bereich gibt es das gar nicht. Also hier ist eine Firma, die heißt Olimax und die hat sich eben darauf spezialisiert, nach eigenen Angaben. Das ist also eine Pocket Size Server Hardware, also Taschengroß Hardware und da ist eine SDK drin und da ist das Operating System vorinstalliert und das ist in dem Fall Debian und es gibt eine Backup-Batterie und die reicht für ungefähr vier bis fünf Stunden und das Ganze kostet 82 Euro. Hier kann man nochmal die Spezifikationen nachlesen, also es ist hier ein Dual-Core ARM Cortex-8-7 Prozessor, ein Gigabyte RAM bloß, aber immerhin zwei USB 2.0 Ports, Gigabit Ethernet, SATA-Drive-Support, HDMI-Port und wie schon gesagt, das Ganze ist pures Debian, hier steht es nochmal, 100% der Software ist basiert auf Debian. Die Freedombox Foundation wurde 2011 gegründet in Amerika und sie weisen natürlich auch darauf hin, dass das Ganze ohne Spenden überhaupt nicht möglich gewesen wäre, denn wir haben natürlich im Hardware-Bereich auch exorbitante Ausgaben, die man stemmen muss, bevor man sowas letztendlich entwickelt. ich wollte euch das Ganze einfach mal zeigen, weil es der Versuch ist, Open Source auch im Hardware-Bereich reinzubringen und weil die schon seit 2011 dabei sind und jetzt haben wir 2019, das heißt, die haben auch einen langen Atem und anscheinend passt es insoweit, dass man weitermachen kann. für wen sich natürlich diese Freedom Box eignet, tja, es ist natürlich schon eine ganz kleine Sache und man muss dann wahrscheinlich mal sehen, ob man damit klarkommt, aber es ist natürlich auch mit 82 Euro sehr billig. Vorhin wurde es schon mal angesprochen, weil PC Linux OS LibreOffice 6.3 schon vorinstalliert hat, jetzt kommen wir zu LibreOffice 6.3, die also jetzt auch offiziell erschienen ist, ist natürlich noch nicht in jeder Distribution erhältlich, aber okay, wir schauen uns mal an, was denn alles verändert wurde und es ist eine unfassbare Menge, wenn ihr euch die Release Notes hier durchseht, es ist unfassbar, also was, bevor ich da mal ins Detail gehe, auffällt, die Kernaussage ist, dass also der Start um, ich weiß jetzt nicht, 80% oder so, wurde der beschleunigt und das ist natürlich schon eine schöne Sache, da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter und wenn das wirklich stimmt, ist das natürlich mehr Komfort, aber jetzt schauen wir mal, sie haben natürlich viele Sachen auch intern verändert und ich sage euch, ich kann euch das nicht alles zeigen, weil sonst wird die Sendung uferlos lang, ich glaube, die wird sowieso schon lang, also hier sehen wir zum Beispiel, was vorher nicht ging, dass man also einen Hintergrund mit Farbe gefüllt hat, da hat man immer den Rand, der dann nicht gefüllt würde und das ging also not only within page margins, also nicht nur innerhalb dieser Grenzen, sondern jetzt auch ganz. und hier geht es um Sachen, wenn man also zum Beispiel Importe macht von DocX Drawing ML Group Shapes, dann hat man vorher dieses Ergebnis erhalten, das heißt, es wurde überhaupt nicht erkannt, was da eigentlich sein soll und jetzt hier da mit 6.3 wird dieser Graph oder diese vollständig dargestellt und da geht es also jetzt das ist ja nur ein Beispiel, es geht darum, dass die Kompatibilität verbessert wird und da gibt es einige so Beispiele, wo man also sieht, okay, die tun auch was, wir haben ja letzte Woche viel über Free Office und Softmaker und so gesprochen, über Kompatibilität und dass da LibreOffice vielleicht ein bisschen hängt, vielleicht verbessert sich jetzt mit 6.3 da einiges, ich bin da schon sehr gespannt. Hier wird anhand einer Grafik nochmal dargestellt, wie sich also das Laden und auch das Speichern von bestimmten Dokumenten verbessert hat und ihr seht hier, ich habe vorhin noch untertrieben, also das war vorher, alles was orange ist und grün ist jetzt, also 97% better performance of various file openings in writer na, das ist doch mal was, oder? Und dasselbe haben wir hier bei Calc, also bei Tabellenkalkulationen, auch hier kommen sie zum selben Ergebnis, ihr seht hier, grün ist die aktuelle Ladezeit und orange war die alte was ganz neu ist, das ist das schwärzen von Dokumenten, also ihr seht hier, ihr habt sicherlich schon irgendwelche Geheimdienst Spielfilme gesehen, wo jemand dann ein Dokument hat, wo dann lauter schwarze Balken drin sind und wenn man das jetzt auch möchte, dass man also etwas verteilt, wo aber bestimmte Sachen sensitiv sind, dann kann man das hier schwärzen, Redaction nennt sich das Ganze und dann erhält man dieses Ergebnis wobei das anscheinend dann so ist also sonst macht es ja auch keinen Sinn dass das Original Dokument dann immer noch so ist und da kann man es immer noch lesen aber hier dann wenn man das PDF dann erstellt sind diese schwarzen Balken drin also wer es braucht weil er irgendwelche Daten nicht vollständig weitergeben möchte jetzt kann man das machen das neue Tapped Compact User Interface ist jetzt auch drin das kann man sich auswählen also da geht es hier oben um die ganze Geschichte dass das hier wieder neuartig dargestellt wird nicht so wie die klassische Ansicht und auch nicht so wie Ribbon sondern man hat hier verschiedene Reiter die man anwählen kann und dann sind in kompakter Weise was ich ganz gut finde die ganzen Punkte aufgeführt die man haben möchte und die man braucht das Ganze natürlich für alle Bestandteile von LibreOffice und obendrein kann man hier diese Leiste auch noch so definieren wie man es haben möchte das finde ich schon interessant das gefällt mir es ist ein bisschen aufgeräumter ich war nie ein Fan von Rippen und das normale klassische Menü das ist teilweise ein bisschen überbordend das muss man anpassen damit nicht mehr gar so viele Sachen drin sind aber das finde ich durchdacht und schön bei Kalk wurde hier die Sichtbarkeit der Tabs verändert und wie sie meinen verbessert es wurde ein bisschen größer gemacht hier auch wenn ihr vergleicht Layout und hier Layout schaut ein bisschen moderner aus nicht mehr so altbacken wie das hier ist ja hier sind auch noch einige Verbesserungen genannt die sind aber jetzt nicht so ins Auge stechen wie ich finde so wie geht man jetzt vor wenn man 6.3 auch bei Ubuntu haben möchte da gibt es schon ein PPA und hier habe ich euch auch den Link in die Shownotes gegeben also wenn man das haben möchte ganz einfach das Repository einbinden ein Update machen und dann das Ganze installieren und wer jetzt noch aktueller sein möchte auch das geht mit PPAs für Ubuntu es gibt die sogenannten LibreOffice Pre-Releases dann ist man noch mal weiter vorne also noch heißer als 6.3 empfehlenswert ist das wahrscheinlich nicht aber das ist für Leute die einfach der Zeit voraus sein wollen und die können hier mit dieser Anleitung die ich euch auch verlinkt habe das PPA für die LibreOffice Pre-Releases einbauen eine Meldung die ein bisschen zeigt wie die Struktur von Red Hat und Centos und Fedora untereinander ist also da wird jetzt angekündigt und zwar für Red Hat Enterprise dass jetzt hier das E-P-E-L Extra Package für Enterprise eingebaut wird und das Ganze kommt von der sogenannten Sub-Community von Fedora das heißt diese Pakete gibt es bei Fedora schon Fedora ist sozusagen der Testing Ground und was dann sich als gut und sinnvoll erweist wandert dann später zu Red Hat Enterprise und das passiert also jetzt auch also für alle die Centos oder also Centos CentOS oder Red Hat Enterprise nutzen ist das vielleicht jetzt interessant diese Sachen die da drin sind kennen die Fedora Nutzer schon auch das wurde vorhin bei PC Linux OS schon angesprochen Mate Desktop 1.22 ist offiziell draußen und merkt ihr was wenn ihr genau aufgepasst habt bei PC Linux OS ist sogar schon 1.22 Punkt 1 draußen also noch aktueller aber das ist jetzt die neue Version vom Mate Desktop herausstellen möchte ich hier gleich in der ersten Zeile Mate Panel has gotten a crazy amount of rework to make it work with Wayland display back end also auch hier bewegt man sich in Richtung Wayland zu und crazy amount of rework also man hat eine verrückte Arbeit hier hinter sich um es möglich zu machen dass Wayland in Zukunft unterstützt wird was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sein könnte in Grumper hat das ist ja der der komprimierte Files entpackt und auch letztendlich verpackt und da wurden also jetzt neue Kompressions Formate dazu genommen und man kann das komprimieren jetzt auch passieren lassen kurios was es nicht alles gibt es gibt zum Beispiel auch ein Cryptocurrency OS und hier sind zum Beispiel was heißt zum Beispiel das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte hier sind Wallets für Kryptowährungen vorinstalliert also hier zum Beispiel ein Bitcoin Wallet ein Digibyte Wallet ein EOS Ethereum Wallet Litecoin Wallet und ein Ripple Wallet das sind der überhaupt nicht Bescheid weiß das sind also Kryptowährungen die man handeln kann die man kaufen kann und man kauft sich diese Währung hier mit Hilfe dieser Wallet man braucht ja einen Zugang dazu und dann hofft man dass der Kurs nach oben geht und dass man damit Geld verdient wenn er nach unten geht hat man Pech gehabt und das nutzt alles nichts und das ist also jetzt eine Distribution die sich das hier zum Anlass gemacht hat zu sagen okay wir sind dafür da wir sind nicht dafür da dass man jetzt irgendwelche Briefe in LibreOffice schreibt obwohl man das natürlich auch tun kann sondern das soll einen Nutzer der damit zu tun hat in die Lage versetzen ganz einfach hier diese Wallets sofort vorzufinden und mit dem Handel von Bitcoins zu beginnen natürlich braucht man ja trotzdem ein Passwort und so weiter aber die Voraussetzungen sind da unfassbar Microsoft hat seine Privacy Policy geändert und in der Privacy Policy sagen sie jetzt dass es sein kann dass also aufgesprochene Daten von Nutzern durch Firmen zugegriffen werden könnte also sie sagen dass sie Voice Daten also Stimmaufnahmen von Nutzern gesammelt haben und natürlich ist das Ganze gut für den Nutzer logisch sonst würden die das ja nicht machen und es ist also to provide voice enabled services for Skype und Cortana und es geht natürlich nur darum diese Services zu verbessern um nichts anderes we realized also wir haben erkannt sagt Microsoft dass that we could do a better job specifying that humans sometimes review this content also sie hätten vielleicht einen besseren Job machen können klarzustellen dass es Menschen gibt die manchmal diesen Inhalt anhören und was tut Microsoft jawohl die Privacy Policy wird upgedatet und es wird gesagt so machen wir das ja sie wollen greater clarity zu der ganzen Angelegenheit beitragen also es soll alles durchsichtig transparent sein jeder soll wissen um was es geht aber das sind die Linux News ich möchte mich nicht lange mit Microsoft aufhalten ich wollte es nur gesagt haben mit Emma Buntu Buntu Entschuldigung Emma Buntu habe ich mich auch schon vor zwei drei Wochen auseinander gesetzt und jetzt ist es also soweit dass die tatsächlich eine neue Version Debian Edition 2 1.5 mit 32 Bit 64 Bit und das ganze basiert auf Debian 9.9 Stretch also noch kein Buster leider und es ist das XFC Desktop Environment wir haben wir haben ja damals darüber gesprochen um was es da geht aber wahrscheinlich haben nicht alle die jetzt heute zuschauen dieses Video gesehen also also es geht es geht bei EMA Bund darum dass also alte Rechner gesammelt werden und dass da eben ein Betriebssystem drauf installiert werden soll vor allem auch in Entwicklungsländern dass den Menschen einen einfachen schnellen unkomplizierten Zugang zum Internet ermöglicht und auch zur Arbeit mit dem Computer insgesamt deswegen soll es möglichst einfach sein es soll möglichst stabil sein und da geht es auch nicht drum dass man jetzt den neuesten Scheiß hat sondern es geht einfach darum dass die Leute Computer haben dass vielleicht ausrangierte Laptops und so weiter Sachen die hier vielleicht einfach weggeworfen werden wieder verwendet werden mit einem System das gut funktioniert und es ist ja ganz logisch diese Leute brauchen jetzt kein Rolling Release und die brauchen auch etwas was einfach sofort funktioniert und die werden sich auch nicht darum kümmern ob jetzt die icons im neuen LibreOffice 6.3 jetzt anders ausschauen oder ob im neuen XFC ein Do Not Disturb Button drin ist das interessiert die nicht die wollen einfach einen PC haben der funktioniert und ich werde immer wieder darauf hinweisen nicht dass ihr das jetzt runterladen sollt sondern ich möchte darauf hinweisen für was Open Source eigentlich gut ist für was es verwendet wird und was für gute Sachen damit gemacht werden ja und das ist ein Beispiel das ich wirklich sehr schön und gut finde und darum weise ich immer wieder darauf hin mir gefällt sowas für alle Leute die mal Antergos benutzt haben und jetzt mit dem Gedanken spielen Endeavor OS Nachfolger von Antergos zu benutzen ja hier der Hinweis das habe ich in einem Forum von Endeavor OS gefunden da hat jemand gefragt ich möchte wissen kann ich denn wenn ich jetzt noch Antergos habe ganz einfach irgendwie switchen zu Endeavor OS normalerweise denkt man ja ja also wahrscheinlich muss man das neu installieren und hier wird dann tatsächlich ein Weg beschrieben wie das funktioniert allerdings das ist ein Nutzer der diesen Weg beschreibt also ich sage jetzt nicht Leute macht das nach so funktioniert das das hat jemand probiert und es haben Leute darauf geantwortet im Forum das hat bei mir auch funktioniert vielen Dank für den Hinweis ja auch muss man dazu sagen der hat das ganze mit Antergos Openbox probiert was natürlich nicht so aufwendig ist wie wenn man jetzt ein Antergos mit Plasma hat also auch da aufpassen es ist vielleicht fehleranfälliger je mehr man auf seinem Rechner mit Antergos hat aber also es gibt einige Sachen die man hier machen muss und einige muss man auch ja man muss zum Beispiel die Keyrings dementsprechend updaten oder wechseln man muss die Repositories wechseln man muss einige Sachen in Konfigurationsdateien per Hand eintragen und so weiter wen es trotzdem interessiert der Link ist wie immer in den Shownotes schaut es euch kann und überlegt euch sehr gut ob ihr das machen wollt denn ich denke es kann euch auch das System zerstören denn der letzte Satz von dem Restart your system being good spirits think of something beautiful and hope that everything worked out also man soll guter Dinge sein man soll an was schönes denken und hoffen dass alles funktioniert über Slackware hatte ich auch in einer der letzten Sendungen berichtet ja es ging darum dass die seit 2016 eigentlich nichts mehr rausgebracht haben und da habe ich ein bisschen recherchiert weil mich das interessiert hat weil Slackware ist ja eine der ältesten Linux Distributionen die es auf diesem Planeten gibt ein Urgestein hat an Bedeutung verloren und ich wollte mal wissen wie schaut es eigentlich aus mit Slackware und ich bin dann auf etwas gestoßen das Patrick Volker Ding das ist also so der Haupt Mensch hinter Slackware der braucht Unterstützung und zwar hat er jetzt einen Patreon Account aufgemacht und da wurde dann erstmal gemutmaßt ist das der überhaupt oder will sich da jemand bereichern mit dem Namen Slackware ja er ist es und er hat dann auch darauf geantwortet ja das ist tatsächlich mein Patreon Account und warum mache ich Patreon überhaupt und das hat hat er hier ein bisschen erläutert es gab wohl so einen Art Store für Slackware wo es T-Shirts und Tassen und was was weiß ich noch alles gab den aber andere Leute aufgezogen haben und die haben ihm wohl versprochen dass sie ihn an den Einnahmen beteiligen und wie er selber sagt das ist aber nicht passiert und the store has been ripping me off horribly also die haben ihn ganz schön über den Tisch gezogen und I'm very nearly broke also er ist wirklich erschüttert wie das alles gelaufen ist er erklärt das hier alles noch genauer und sagt also es geht einfach drum er braucht wenn er weitermachen möchte er braucht einfach Unterstützung er hat eine Familie und so weiter und deswegen hat er jetzt gedacht er macht einen Patreon Account damit also er Slackware weiter betreiben kann und deswegen ja so schaut die Realität manchmal hinter diesen Linux Distributionen aus die kämpfen teilweise wirklich ums Überleben und das ist natürlich auch eine Sache nichts geht von selbst unanscheinend unanscheinend geht das mittlerweile ganz gut und ich glaube es verändert sich zum besseren was ich so mitbekomme ich werde verfolgen ob es Neuigkeiten von Slackware in den nächsten Monaten geben wird wo man sieht das ganze Projekt wird nicht sterben so wie viele andere Sachen was auch teilweise in meinen letzten News schon drin war denken wir nur mal an SwagArch auch an Antergos ich hoffe dass Slackware weitergeht und dass es die Unterstützung findet die es verdient und damit sind wir am Ende der Sendung in der Kalender Woche 33 Linux News Neues aus der Linux Welt mit Joe wie immer jeden Donnerstag und ich möchte euch noch mal dran erinnern ein Daumen ist super ein Abo ist super wenn ihr das Ganze weiterempfehlt das wäre noch besser wenn ihr es auf Facebook auf Mastodon auf Twitter auf was weiß ich für einem Format weiterempfehlt und die ganze Sache ein bisschen ins Rollen bringt dann würde mich das freuen und ansonsten freue mich jetzt schon weil ihr elf Episoden hier durchgehalten habt und ich somit auch denn ich brauche auch Zuschauer damit ich hier weitermachen kann und ich bedanke mich bei euch dass ihr das Ganze hier möglich macht auf YouTube bis zum nächsten Donnerstag euer Joe